Christian, wir haben uns getroffen in Monika-Dauer, jetzt an der Wettkampfstätte hier in der Ramsau. Wie war es heute beim Schneeschuhlauf? Es war schön und es hat mich gefreut mitzumachen. Du hast mir gesagt, es war sehr anstrengend. Was war so anstrengend an dieser Strecke? Die Distanz, die Streckenführung, der Schnee? Die Streckenführung war anstrengend. Weil am Anfang geht es bergab und dann geht es wieder bergauf. Wir haben heute die 200 Betten auf der Geraden gehen.